Halli Hallöche meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Mist Survival ja ähm ja habe ich öfters ähm schreibt's doch oh ja warum nicht schreibt's doch mal in die Kommentare ähm oh ein Moment ja Mikro ob ihr das auch habt also ja man sieht ja da ist kein Haus da nichts keins von alle denen die Kirche ist weg alles ist weg da liegt noch irgendwas da hinten oh da ist ein Brett und äh das ist teilweise ja nö ist das wieder da Moment mal so ähm ja also jetzt ist es aufgebaut aber das dauert teilweise echt krass lang das ist irgendwie kacke ähm schreibt's doch mal in die Kommentare ob ihr das auch ab und so habt denn wenn dann mal direkt Nebel sein sollte äh ja äh dann habe ich hier ein Problem mit in mein Haus reingehen und so gut ähm was wollten wir denn gestern machen erst mal wollte ich das Holz weg tun ja genau ähm hoch noch mal zurück zu dem Bauernhof das tun wir weg das tue ich auch weg da 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 ok passt ähm habe ich eine Waffe und Munition Waffe ja Munition nein die hat noch sechs Schuss vielleicht sollte ich mal eine andere mitnehmen. Ich weiß nicht. Habe ich noch 9mm Munition? Wo ist sie? 9mm. 4. Ne, dann sind 6 besser. Gut. Erstmal passt das soweit. So. Ich nehme aber vorsichtshalber lieber die 4. So. Und dann flitzen wir nochmal dahin. Und hoffen mal, dass wir nicht gleich wieder Nebel kriegen. So, denn das wollte ich ja noch machen, um da drüben den Bauernhof komplett zu looten. In der Hoffnung nach Komponenten und am besten noch Auto teilen. äh, denn wir brauchen ja tatsächlich nur noch einen Reifen und eine Zündkerze. Zündkerze. Wobei das eigentlich ein Diesel ist, ne? Ist hier irgendwas? Ich mach das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Dann gucken wir mal hier. Aha. Ja gut, Tücher sollte ich eigentlich mal nicht mitnehmen, oder? Ich weiß nicht. Oder ich nehm einfach... Oh, ja, genau. Oder ich nehm einfach alles mit. Alles, alles. Schlauch, ja, warum nicht? Eimer, ja. Von mir aus. Ist hier irgendwas drauf? Kann ich da hochschauen? Oh, ich kann rein. Hilfe. Ich will nicht rein. Ja, lieber nicht. Gefährlich. So, was haben wir hier drin? Hier hatten wir diese Düngersäcke. Düngersäcke. Ah, nein, Garten. Gartenerde. Ja, brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Das ist nur schwer, das Zeug. So, was haben wir hier? Heartstick. Na ja, gut. Concrete Block haben wir auch. Oh, das ist wichtig. So, was haben wir hier? Was haben wir hier beim Müll? Nochmal Lumpen. Können wir auch noch mitnehmen. Oh, noch ein Combat Knife. Feuerholz. Noch mehr Feuerholz. Ah, hier nochmal. Was ist das Ding jetzt da? Schrott. Stahlschrott. So, haben wir hier noch was? Kacke. Gut. Äh, dann gehe ich erstmal da hoch. Im Schnelldurchlauf. Flitzen wir da rum. Oh, was haben wir hier? Windrad. Kann man da hoch? Nein. Hier ist nichts. Stick. Manure. Also Dünger. Alle Pflanzen. Hallo. Eine Machete. Konkret. Freue ich nicht. Oh, sei gut. Oh, noch was? Screws. Oh, schön. Hey, war ich hier schon mal? Und habe die Screws weggeworfen? Das war doch nicht hier, oder? Oder doch? Doch, ja, das war ich hier. Und dann habe ich darüber geschaut. Und dann bin ich darüber. Da, wo es so krass geruckelt hat. Ach, cool. Da war ich hier schon mal. Feder nehme ich auch mit. Wie sieht's? Oh, Inventar ist schon fast voll. Ähm, ja. Das war tatsächlich. Da waren wir tatsächlich schon mal hier. Ist ja lustig. So, Blätter nehme ich mit. Die kann man bestimmt gebrauchen. Gut, dann haben wir das. Hier ist nochmal ein Fass. Mal schauen. Ob wir da oben irgendwas tolles finden? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Rucksack, Rucksack. Nein. Und runter. Jupp. So. Hier ist sonst nichts mehr. Hier hinter. Hier gibt's einen Hintern. Nein. Lappen. Habe ich schon Hardsticks? Ja. Kann ich also gut mitnehmen und stecken. So, Feuerholz lasse ich mal noch da. Lappen. Du Lappen. Noch ein Lappen. So. Habe ich hier noch irgendwas liegen gelassen? Diese blöden Handschuhe brauche ich eigentlich erstmal nicht. Gruselige Musik. War ich ja schon oben? Doch, ich glaube, ich war schon oben, oder? Aber habe ich alles mitgenommen? Ah, Hardstick habe ich nicht mitgenommen. Lappen habe ich nicht mitgenommen. Oh, hier. Move. Oh, geil. Den kann man mitnehmen. Ja, dann. Nein. Boah, den Schrank kann man mitnehmen. Der hat voll viele Plätze. Oh, wie geil. Oh, ja. Oh, ja. Ja, gerne. Ah, doch. Hier war ich schon. Okay. Ja, noch mehr Lappen. Ja, ja. Okay, gut. Wie gesagt, schnell durchlaufen. Ich habe Angst vor Nebel. Aber bisher keine Zündkerze. Den kann man mitnehmen. War da noch was drin? Nein. Oh, wie cool. Nein, halb M. Bisschen raus. Boah, wie nice. Kann man den Schrank einfach mitnehmen. Oh, ist das cool. So, den stelle ich mir erst mal hier demonstrativ mitten an den Straßenrand. So. Ist er noch da? Ja, sehr gut. Boah, der ist voll groß, der Schrank. Der hat voll die vielen Plätze. Oh, cool. So, was haben wir hier? Hallo? Jemand drin? Nein? Gut. Komisch, hier gibt es keinen Dung. So, da war ich. War ich hier drin? Oh, nein. Hier war ich noch nicht. Aha, aha. Was haben wir hier? Oh, Fischbucket. Weil wir ja auch so viel fischen gehen, ne? Es fehlt halt noch die komplette... Das komplette Fishing-Gear. Die komplette Fisch-Ausrüstung. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Na, uh, euch nehme ich mit. Halt. Hier geht es auch noch lang. Aha, aha. Und noch mehr Lappen. Wie sieht es aus? Acht Lappen habe ich mittlerweile. Uh, sogar schon mehr. Tja, dann werde ich bald was entsorgen müssen. Hier oben, ne? Gut, hier ist nichts. Oh, hier kann man auch hoch. Tick, 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 tick. Schnell, 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 schnell. Wir haben doch keine Zeit. Ähm. Rucksack. Ja, doch was heißt es, was mehr. Und ein Rasentraktor. Oh, geil. Den nehme ich auch. So. Äh. Ich hasse Leitern. Schon immer. Seit Half-Life hasse ich Leitern. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Male ich gestorben bin. Bei Half-Life. An Leitern. Beziehungsweise am Boden. Die Leiter ist ja eigentlich nicht schuld, sondern der Boden. Der dann rapide nahe kommt. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch was. Ohne Feder. Federn sind wichtig. Oh, den möchte ich haben. Oh. Garden Ninja. Garden Ninja. Oh. Damit könnte man schön alles wegmähen. Hier ist noch irgendwelche eklige Sachen. Säge. Nimm Schmitt. Nimm Schmitt. Nimm Schmitt. Nimm Schmitt. Nimm Schmitt. Oh, Moment. Enter. Hä? Sieht ganz anders aus, die Kiste. Und hat kein Rancho-Fach. Warum nicht? Das ist so eine komische Karre. Sowas. Okay. Hier gibt es leider keine Zündkerze. Für mich. Ein Blatt. So. Hier ist da was drin. Nein. Ist hier oben was? Nein. Warum sollte auch was auf dem Dach sein? Oh, da sind doch Reifen. So. Kiste. Blatt. Hier war ich schon. So. Dann haben wir es doch, oder? Oh. Stimmt. Da drüben war ich doch. Aber egal. Da schauen wir auch nochmal vorbei. Da schauen wir auch nochmal vorbei. Hallo. Nein. Huch, was war das? Ach, das Feuer. Äh, ja. Moment. Enter. F. Ah, oh. Bleistifte im Handschuhfach. Wo sitzt denn der, um Himmels Willen? Wahnsinn, die bringen hier ja gar nichts. Die Sonnenblenden. So, haben wir hier. Oh, ja. Wir haben ein bisschen. Phil Ken. Bitte kein Nebel, bitte kein Nebel, bitte kein Nebel, bitte kein Nebel. Also nicht kein Ebel, sondern kein Nebel. Ich habe nichts gegen kein Ebel. Na, kein Ebel, falls du zuschaust. Ich habe nichts gegen dich. Ich habe nur was gegen dich. Gott, du verdammter. Wo ist er? Wo bin ich? Da unten ist es. Ich weiß nicht, ob ich hin soll. Oh, ein Rad. Oh, ja. Oh, geil. Wichtig. Und Inventar ist voll. Zwei neue Plätze und Inventar ist trotzdem voll. Boah, alter Schwede. Jetzt geht mir aber die Pumpe. Der mit seinem blöden Unfall. Kann der denn nicht Auto fahren? Dieser dämliche Händler. Das ist ja unfassbar. Too much weight. You can't climb. Aber rennen kann ich noch. Ja, rennen kann ich noch. Gut. Klettern kann ich nicht mehr. Ist mir auch egal. Äh, so. Hier einmal hoch. Hallo. Knappe haben wir hier schon. Na, da. Oh. Oh nein. Äh, Blätter. Weg. Gear. Wichtiger. Ja, das gehen wir nicht ab. So, die hier waren ja, ne. Was passiert eigentlich, wenn man den Baum jetzt hier abhackt? Naja, egal. Keine Zeit. So, das Ding, äh. Ja, schön und gut. So, dann hätten wir das hier abgefrühstückt. Tatsächlich. Boah, nee. Ich hab jetzt keine Zeit, äh, hier. Nach dem Unfall zu schauen. Tut mir leid. Hab ich natürlich gleich wieder einen Bleistift verbraten dafür. Aber egal. Wir müssen den Schrank nach Hause schaffen. Oh. Oh. Da kann ich auch Zeug reintun. Und den Schrank mit dem Zeug. Wegschaffen. Das wäre doch gar nicht mal so doof. Oh, hier. Alter Schwede geht da viel rein. Oh, da geht alles rein. Ist das geil. Egal. Ja, oder Moment. Soll ich jetzt mal... Also, ich geh jetzt nicht zur Eventlocation. Echt nicht. Denn wenn jetzt Nebel kommt, bin ich gearscht. Und ich will eigentlich ungern mit dem Schrank... ...jetzt zu meinem anderen Auto laufen. Weil, wie gesagt, wenn da jetzt plötzlich Nebel kommt... ...dann hab ich Le Grande Problem. Ich kann nicht hüpfen mit dem Schrank. Ich seh nichts. Schrank, geh mal weiter weg. So. Was ist das? Was fliegt denn hier? Nein. Weg. Your fishing rod is not ready. Ja, ich wollte auch nicht... Ich wollte... Ich wollte reden. Keine fishing rod. So. Oh. Oh. Oh, pass auf. Komm, rein in dein neues Zuhause. Immer schön rein in dein neues Zuhause. Na. So. Boah, Mann. Kann mir da nicht mal ein Umzugsunternehmen helfen? So. Ja, geil. Okay. Drehen, drehen, drehen. So. Da ist die... ...der Crafting Table. Erstmal da hinstellen. Da kommt ein Spind hin. Da ist das Fass. Dann könnte ich den doch eigentlich... Ähm, ja. Ne. Was ist lower? Geht's nicht. Wo steht denn der da drauf? Ach, auf diesem Stuhl da. Äh. Ne, komm, weißt du was? Dann stelle ich den einfach hier hin. So. Ja. Das ist gut. Okay. Ne, komm, weißt du was? Äh. Das brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Das brauchen wir nicht. Dann... Reifen auch weg. Oh ja, trinken. Oh. Ah. Wöp. So. Äh. Trinken. Und der Kanister. Das ist wichtig. Brecheisen eventuell. Dann Säge brauchen wir auch nicht. Und haben wir im Moment auch nicht. So. Dann gehen wir nochmal los. An die Stelle, wo... ...wir damals... ...angefangen haben, beziehungsweise... ...wo ich... ...wieder hingeladen wurde. Nachdem ich eigentlich da war. Komischerweise... ...wurde ich dann wieder mal anders hingeladen. Mein Staminar ein bisschen im Auge behalten. Naja, geht noch. Ich könnte mal... ...das Ding aus der Hand tun. Und das auch. So, das müsste hier gewesen sein, ne? Soweit ich weiß. Denn da ist der Bogen. Müsste... Oh. Oh, und ist da auch eine Zündker... Was ist denn hier mit den Steinen los? Um Himmels Willen. Gab es hier einen Felssturz oder was? Hat es gehagelt? Ja, da oben ist es. Da ist doch vielleicht sogar auch eine Zündkerze drin. Weil wir haben jetzt den letzten Reifen. Und dann mit dem Auto. Oh, das wird so gut. Dann mache ich die Garage fit. Und dann fahren wir in die Garage rein. Also in die Scheune. Hm. Und dann, äh... Hardstick. Auch nicht so einfach zu finden, die Dinger irgendwie. Zündkatze, Zündkatze. Bogen. Schrotflinte. Wo war der Bogen? Verdammt. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das da. Das da. Können wir alles mitnehmen? Oh ja, wir können... Wir können alles mitnehmen. Aber die Steine... Ich weiß nicht. Steine lasse ich erstmal... Erstmal, äh, links liegen. Ich gehe mal nochmal hoch. Vielleicht ist sowas respawnd. Könnte ja durchaus sein. Ein Wolf respawnd. Brrrr. Oh, Benzin. Boah, Alter, was? Phil Can. Da muss man echt immer aufpassen, dass man nicht auf Phil Tank drückt. Aus Versehen. Aber ich glaube, man kann es ja eh wieder zurück. Zurückkippen dann, ne? Von dem Tank wieder in die Can. Wenn man jetzt aus Versehen den Tank gefüllt hat. Hä, aber wo war dann der Bogen? Ich hatte doch einen Bogen. Hallo. Eine Tasse. Hm, für einen Kaffee. So, hier war ich schon, ne? Ja, da ist auch nichts respawnd. Schade. Ist hier drumrum was? Hm. Kann ich hier hoch? Nö. Lederhosen hängen da. So, wie sieht's hier aus? Boah, auch noch Sprit drin. Phil Can. Bitte kein Nebel. Bitte kein Nebel. So, also Sprit werden wir genug haben. Definitiv. Nichts. 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 Warum mache ich eigentlich das Handschuhfach immer wieder zu? Ist eigentlich sinnfrei. Kann ich eigentlich alles offen stehen lassen? Oh, ne Flasche. Oh, zwei Wasserflaschen. Die wahrscheinlich leer sind, ne? Ja, null Liter. Brauche ich nicht. Warum sind die hier? Warum sind... Warum... Ich dachte, die spawnen nicht. Jetzt sind hier... Da unten auf dem Weg lagen welche. Hier liegen zwei. Was ist da los? Hier ist noch ein Stuhl. Den könnte ich auch mitnehmen. Aber ich brauche keinen Stuhl. Bei uns hat so viel... äh, Dung überall. Da brauche ich meinen Stuhl nicht auch noch. So. Oh, da ist ein Ding jetzt. Waren wir da schon oben? Nicht runterfallen. Wä, Lampe. Nein, da ist nichts. Hier über das Seil tanzen. Rüber aufs Dach. Okay. Äh, aha. Aha, aha. Gut. Hier, nein. So, hier. Nein, nein. Topf. Nein, hier. Bretter. Nein, da. Nichts. Nein. Nada. Leer. Hier. Oh, Munizio. Sehr gut. War das noch ein Millimeter? Oh ja, sehr schön. Gut. Schade. Da haben wir schon wild gelootet. Hier auch. Ja, ich laufe mal hier noch rum. Mhm, mhm. Leere Fässer. Gut, sonst nichts. Ja. Schön. Dann waren wir hier schon überall in, äh, falsch rum. Welcome to Bridge, was? Bridge Stone. Ähm. Gut. Da hat derjenige, der es aufgehängt hat, hat da vielleicht ein bisschen, äh, geschlampt, ne? Ja, ja. War ich eigentlich hier? Hab ich da schon? Ach nee, da kann man gar nicht reingucken. Ins Handschuhfach. Ähm. Aber hab ich hier reingeschaut? Ah, siehste? Ne Batterie. Was lassen wir da? Feuerholz. Ach so, die muss man ja ausbauen. So. Sprit war keiner drin. Okay. Also, da haben wir wieder zurück. Ja. Ohne Bogen. Verdammt, wo war der Bogen? Äh. Das passt mir jetzt ja gar nicht. Ich dachte, wir hätten diesen Bogen. Da ist die Sägemühle da hinten. Oder war der in so einem Aussichtsturm? War noch Platz für Harstix? Blätter? Haben wir Blätter? Nein, haben wir nicht. Bären brauche ich nicht. Stix? Nein, haben wir auch nichts. Okay. Steine habe ich rausgeschmissen. Moment. Hatte ich nicht beim Schrottplatz auch noch was im Auto? Also, bei dem Schrottplatz? Oder hier, bei dem Camp? Ich glaube, wir hatten hier auch noch was im Auto gelagert, oder? Da ist leer. Ist auch leer. Kofferraum. Auch leer. Ist das Handschuhfach auch leer? Oh, hier Kofferraum. Da. Problem ist halt, ich würde die Handschuhfächer immer nicht mitnehmen, aber... Da findet man wohl öfters... Huch. Öfters Batterien oder so. Also so Kleinigkeiten. Die sind dann... Da in den Handschuhfächern. So, sind die Zombies respawned? Bestimmt. Solche Gesellen, die respawnen immer gleich. Oh. Na, schau mal einen an. Halt. Den nehmen wir wieder mit. Ist hier wieder einer? Nö. So. Okay, die sind jetzt eh drin. Ne, hier ist tatsächlich leer. Da habe ich tatsächlich alles schon rausgeholt. Hm. Schade. Schade, schade. Zündkarze im Handschuhfach, ne? Ersatz-Zündkarze vielleicht. Fishing rod is not ready. Ich will auch nicht fischen. Danke. Uh, noch mehr Benzin. Phil can. Can fill or... Can fill not. Phil can. Can fill. So. Oh, und ich sehe, wir sind auch schon wieder drüber. Ja. Wir sind schon im zehnten Monat. Wir sind schon drüber. So. Deswegen würde ich sagen, Hartstick zu mir. Nein. Oder auch nicht. Moment mal. Oh, ja. Dass das halt auch immer so lange dauern muss, ne? Würde ich sagen, machen wir erstmal eine Folgenpause. Moment, einmal schaue ich da noch ein. Auf Nummer sicher. So. Und ich gehe mal erstmal raus. Und sehen uns dann morgen wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Time to play. Mist. Survival. Bis dahin. Macht's mir gut, meine Freunde. Tschüss. Tschüss.